TÜR ZU Nein, auch kein kanadisches. Aber die Russen, die sind doch über dem Pol, wie die fliegen. Untersuchen Sie die Sache, Hendrik. Nehmen Sie ein Hundegespann mit und alles Notwendige für die Rettung. Ja. Herein. TÜR ZU Meinen Sie, dass uns das Materialamt eine Drehtür bewilligen würde? Schon möglich. Neulich kam ja auch eine Sendung Tropenhelme. Die Wettermeldung. Gut, danke. Sagen Sie dem Funker, wenn weitere Nachrichten von Dr. Kärnten eintreffen, soll er sie gleich herschicken. Und wenn es mitten in der Nacht ist. Jawohl. So, hier ist das Wetter. Es wird wieder schlechter. Aber zum Lager hin und zurück schaffen Sie es. Herr Generali, da ist noch dieser Reporter-Netzkarte. Ja, was ist mit dem? Er will uns begleiten. Ja, ja, den können Sie von mir aus mitnehmen. Aber legen Sie ihn gut auf Eis und bringen Sie ihn ja nicht wieder mit. Guten Tag, Captain. Tag, Professor. Dr. Kärnten. Captain Hendry ist da. Guten Tag, Doktor. Guten Tag, Captain. Einen Augenblick. Frau Lein Nicholson, nehmen Sie folgende Notiz auf. Bitte? 2. November, 11 Uhr 7. Abweichung der Kompassnadel weiterhin 12 Grad 20 Minuten Ost. Kein Schwanken oder Nachlassen in der Störung der Atmosphäre. Das genügt. Nun, Captain, können wir starten? Und wohin soll der Flug gehen, Doktor? Fast 50 Meilen östlich von hier. Was war das für ein Flugzeug, das da abgestürzt sein soll? Ich weiß es nicht, Captain. Können Sie mir nicht etwas genauer erklären? Das ist mir leid. Frau Lein Nicholson, lese Sie bitte dem Captain meine erste Notiz vor. Gern. Ich bedauere die Ungenauigkeit meiner Angaben, denn Ungenauigkeit ist mir verhasst. Am 1. November. Also gestern. 6.15 Uhr nachmittags. Horchgeräte und Seismografen registrieren Explosion im Osten. 6.16 Uhr verzeichnet die Kompassnadel Abweichung von 12 Grad und 20 Minuten Ost. Diese Abweichung ist seitdem konstant. Wir haben Sie beim Flug festgestellt. Eine Abweichung von diesem Ausmaß kann nur durch eine Kraft bewirkt werden, die einer Masse von 20.000 Tonnen Stahl oder Eisen entspricht. 20.000 Tonnen? Und die in einem Umkreis von etwa 50 Meilen aufträgt. Ich bin ja kein Fachmann, aber es klingt, als wäre ein Meteor niedergegangen. Sie haben recht, aber es war keins. Wir wollen es dem Captain zeigen. Ja, Doktor. Wir haben hier besondere Teleobjektivkameras. Beim Auftreten von Radioaktivität löst ein Geigerzähler den Kontakt aus und die Kamera arbeitet. So war es gestern Abend. Hier ist das Resultat. Das erste Bild wurde drei Minuten vor der Explosion aufgenommen. Um 6.12 Uhr. Sie sehen hier einen hellen Punkt unten in der Ecke. Auf dem nächsten Bild, eine Minute später, jagt der Punkt von Westen nach Osten. Und zwar so schnell, dass man einen Streifen zieht. Wie lange ist das belichtet? Eine tausendste Sekunde. Die Fluggeschwindigkeit war enorm. Hier um 6.14 Uhr steigt der Punkt aufwärts. 6.15 Uhr stürzt der dann ab und verschwindet. Ein Meteor kann sich allenfalls horizontal bewegen, aber niemals aufwärts. Dann war es kein Meteor. Nein, keinesfalls. Wie haben Sie die Entfernung bis zum Aufschlagspunkt festgestellt? Sehr einfach. Dr. Carrington, erklären Sie es. Das war kein Problem. Wir hatten die Zeit des Eintreffens der Schallwellen im Hortgerät und auch die Ankunftszeit der Aufschlagswellen im Seismografen. Bei Auswertung dieser Zeitdifferenz ergab sich der Punkt des Aufschlags. Er liegt 48 Meilen von hier. Ich will es mal glauben, weil Sie es so nicht vortragen. Aber Doktor, 20.000 Tonnen, ist das nicht reichlich übertrieben für ein Flugzeug? Nur für die Art Flugzeuge, die wir kennen, Captain. Na, fliegen wir mal hin. Ja, das denke ich auch. Kontrollieren Sie es jede vier Stunden. Ja, Doktor. Soll ich mitfliegen, Doktor? Das ist nicht notwendig, Frau Mikkelsen. Kommen Sie mit, Bill? Ja, Doktor. Wir müssen bald an der Stelle sein, Pat. Bob, holh Carrington nach vorn. Doktor Carrington! Jetzt sind es fast 50 Meilen, Doktor. Mit der Kompassabweichung halten Sie genau Ost, Captain? Der Berg da drüben ist haarscharf Ost. Die Windrichtung ist noch immer dieselbe. Gut, Captain. Wir sind nah dran, Pat. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, fünf, vier, drei, zwei, eins. Da. Pat, der Kompass dreht sich im Kreise. Der Geigerzähler schlägt voll aus. Siehst du einen Platz zum Landen? Kurz vorher war er ein Platz. Also gut. Bob, sag Bescheid, es gibt vielleicht Aufschlag. Ja. Schneiden Sie die Sitzriemen und wir landen jetzt. Setzen Sie sich und halten Sie sich fest. Da ist es. Donnerwetter. Das sieht ja sonderbar aus. Lassen Sie mich knipsen, bevor wir den Platz betreten. Der Geigerzähler geht wie Rasen. Die Oberfläche ist durch irgendwas geschmolzen und nun bildet sich oben klares Eis. Die Flaschenform hat sich dadurch gebildet, dass das abstürzende Flugzeug dort hinten am Flaschenhals zuerst die Erde berührte. Zu uns her glitt. Und dann die Rundung formte, als es im Eis versank. Also Sie meinen, es hat sich durch die Hitze seiner Maschinen sozusagen ins Eis eingeschmolzen. Was kann so viel Eis zum Schmelzen bringen? Gehen wir es uns ansehen. Hier, Barnes. Bringt die Hunde rüber auf die Seite. Dr. Chapman, kann denn ein Flugzeug so viel Eis schmelzen? Unsere Düsenjäger erzeugen genügend Wärme, um einen ganzen Wolkenkratzer zu heizen. Das ist ein Flugzeugteil. Sieht aus wie ein Stück vom Leitwerk. Das kann ein Blinder sehen. Vorher ist, was kann das für Metall sein? Ich müsste es untersuchen. Barnes, bring mal Werkzeug her. Das hat ja eine ganz ungewöhnliche Färbung. Hey, hier ist es ziemlich tief eingedrungen. Man sieht nichts als eine dunkle Masse. Hier liegt es noch tiefer. Köpfen, verteilen wir uns mal an den Umrissen des Flugzeugs. Dann erkennen wir Größe und Form. Gut. Verteilt euch mal an den Umrissen dieses Dings, damit wir seine Form erkennen. Hier ist Werkzeug. Das Ding ist ja völlig... Ja. Man sieht es ganz deutlich. Tatsächlich. Es ist rund. Dann wäre es also eine sogenannte... Ja, eine fliegende Untertasse. Kann jemand an seiner Stelle durch das Eis etwas sehen? Nur ein Umriss. Nichts als ein dunkles Gebilde. Es scheint völlig glatt zu sein, ohne Türen und Fenster. Man sieht auch keinen Motor. Es hat auch wahrscheinlich keinen Motor in unserem Sinne. Dr. Kerington. Ich kenne dieses Metall nicht. Vermutlich ist es eine neue Legierung. Fallen Sie etwas ab zur Untersuchung. Gut. Käpt'n, wir können die Eisdecke unmöglich mit Echsen aufschlagen. Das dachte ich mir auch schon. Wir werden sie aufschmelzen, und zwar mit Tamitbomben. Sehr gut. Doktor, woher ist das Ding wohl gekommen? Das weiß ich nicht, Herr Scott. Von unserem Planeten? Ich glaube nicht. Sie meinen also, dass es... Die Antwort auf Ihre Frage werde ich Ihnen vielleicht dann geben können, wenn wir das Innere gesehen haben. Und die Mannschaft, wenn eine da ist. Eine Mannschaft? Meinen Sie wirklich? Das muss ich sofort durchgeben. Hey, Barnes! Hören Sie, Scott. Keine Privatmeldungen. Was heißt privat? Ich melde es der ganzen Welt. Das ist eine militärische Information, und wir müssen warten, bis wir die Erlaubnis erhalten. Ich weiß ja, Käpt'n. Sie müssen sich nach Ihren Dienstvorschriften richten. Aber dies wäre ein Verstoß gegen die Pressefreiheit. Darum sende ich den Bericht ab. Aber nicht über unseren Sender. Wohin kommen die Bomben? Eine kommt an die Schwanzflosse. Die andere da drüben hin, falls wir sie noch brauchen. Pet, das ist die tollste Reportage seit der Schlacht im Teutoburger Wald. Das kann man nicht verschweigen. Darauf wartet die Melden. Ich arbeite nicht für die Welt, Scott, sondern für die Luftwaffe. Sie müssen es mir gestatten. Nein, ausgeschlossen. Das ist ja, um aus der Haut zu fahren. Jetzt der Auslöser. Setz dich doch mal schnell mit dem Lager in Verbindung. Tech soll vorgeheben, dass wir eine völlig intakte, fliegende Untertasse im Eis entdeckt haben, und dass wir versuchen, sie herauszuholen. Und was ist mit mir? Und frag, ob Scott darüber berichten kann. Ja, Captain. Das ist alles, was ich tun kann. Ja, ich verstehe. Sie entwickeln sich langsam zu einem zweiten Fogaki. Wo soll die Bombe hochgehen? Da drüben. Hast du die Wolkenwand da gesehen? Es gibt einen Schneesturm. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir haben nur eine knappe Stunde Zeit. Wo willst du sie anbringen? Auf der Oberfläche. Sagen Sie Stone Bescheid, Captain. Gut. Sagen Sie, Sergeant, wie wirkt das damit denn nun? Es hält sich an die Dienstvorschrift 140a zur Beseitigung von Eis. Stecken Sie den Draht fest rein, Leutnant. Es taut das Eis auf. Und wie lange dauert das? Es legt das Ding in 30 Sekunden frei. So. Alles in Ordnung, Herr. Ich komme gleich. Alles runter vom Feld. Geht rüber zum Hundeschlitten. Hier wird es in einer Minute ziemlich heiß werden. Hier, macht den Draht fest. Erst nur die eine Bombe. Im Notfall die zweite. In zwei Minuten besitzen wir vielleicht den Schlüssel zu den Sternen. Ein Weltzeitalter wartet auf uns da unten im Eis. Sagt, wenn es losgeht. Ich mache eine Aufnahme. Alles fertig? Fertig. Ist jemand verletzt? Nein. Die Maschine ist explodiert. Sagen Sie, was zeigt jetzt der Geigerzähler? Schwache Anzeige. So, das ist nur die Nachwirkung. Es ist zerstört. Erkenntnisse, wie ein neues Weltbild geschaffen hätten, sind dahin. Da habt ihr es. Dienstvorschrift 140a. Das hätte ich nicht erwartet. Das glaube ich. Die größte Entdeckung der Menschheit ist geplatzt. Anstelle eines neuen Zeitalters bleibt es beim alten Schimmeln. Käpt'n, ich habe hier was entdeckt. Vielleicht ist nur etwas zu rücken. Augenblick, der Geigerzähler reagiert. Lass mich ablesen. Er schlägt mehr aus. Noch stärker. Von hier muss es kommen. Was ist da? Es sieht fast aus wie ein Mensch. Es hat Arme und Beine. Ich kann es genau sehen. Ja, er muss über zwei Meter groß sein. Sicher ein Mann der Besatzung. Er muss beim Aufprall herausgeschleudert und eingefroren sein. Ha, ein Besucher vom Mars. Aber wie wollen Sie ihn herausbringen, Schäden? Mit Termit natürlich. Halt den Mundskott. Ich meine nur. Schnell, wir haben keine Zeit. Hier sind Äxte. Wir hatten den ganzen Eisbock heraus und bringen ihn auf dem Schlitten in die Maschine. Ja, das wird gehen. Aber mach schnell. Also dann los. Bob, du räumst den Schlitten ab und bringst ihn her. Eddie, lass schon die Motoren warmlaufen. Wir wollen so schnell wie möglich starten. Verstanden? Seid ihr sicher, dass wir das alles nicht nur geträumt haben? Was meinst du? Hört mal, was hier steht. Die Luftwaffe stellt hierzu fest, dass alle Berichte über nicht identifizierte fliegende Objekte nur das Resultat sind von Erstens, falscher Beurteilung von verschiedenen uns bekannten Europlanen. Das Ding im Eis war mir nicht sehr bekannt. Zweitens, einer gewissen Form von Massenhysterie. Die bricht aus, wenn General Fogarty sich hinstellt und dem Mann im Eis die Hand schüttelt. Und was ist drittens? Das Resultat eines Ulkes. Wie war gleich noch die Nummer dieser Verordnung? 6203-34, Ergänzung 7619, Auszug 57243. So. Ach, die war's. Man sieht ihn nicht gut durchs Eis. Sei doch froh. Er ist sicher nicht so schön wie Schneewittchen. Also was tun wir jetzt? Küssen wir ihn wach? Das Eis schmilzt ja drin sowieso. Kann man die Temperatur hier regulieren? Nein, Captain, das ist der Lagerraum. Die Temperatur ist hier immer gleich. Wir brauchen das Eis nicht schmelzen zu lassen. Wir können es abhauen. Es tut mir leid, aber wir werden es weder schmelzen noch abhauen. Eddie, öffne mal das Fenster. Sie werden uns doch nicht hin und wollen ihn zu untersuchen. Das muss ich leider. Aber das ist doch absurd. Wir sind Gelehrte. Und Dr. Keringen ist der Leiter hier. Ed, das Fenster lässt sich nicht öffnen. Es ist doch meine Pflicht als Wissenschaftler, dass ich den Fall untersuche. Davon bin ich überzeugt, aber ich kann es nicht gestatten. Von Ihnen brauchen wir keine Frage. Schlag das Fenster ein, Eddie. Ja. Sehen Sie, wir haben hier einen Körper aus dem Eis gerettet. Ich gebe zu, ich verstehe davon nichts. Aber bevor ich keine Instruktion von meiner vorgesetzten Dienststelle habe, warte ich das weitere ab. Captain, Sie haben kein Recht dazu. Wenn Sie noch weiter darüber reden wollen, kommen Sie mit in den Korridor. Es wird jetzt etwas kalt hier. Ja, das ist ein vernünftiger Vorschlag, Captain. Kommen Sie. Mac? Ja? Du bleibst hier. In vier Stunden kommt Ablösung. Du lässt hier niemand ran, verstanden? Jawohl. Hast du es warm genug? Wenn ich friere, hört er mich schon schreien. Gott bringt dir dein Essen. Und möglichst auch was zum Lesen. Eine nette Gruselgeschichte. Unsere Schmücker sind zu harmlos für Sie. Nun, meine Herren. Captain Hendry. Entschuldigen Sie, Doktor, darf ich? Bitte. Captain Hendry, ich muss Sie ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass es gewisse Organismen gibt, die im Eisen noch weiterleben können. Aber natürlich nicht unbegrenzt. Also müsste man doch schnellstens... Davon verstehe ich nicht mehr. Auf der anderen Seite kann ein solcher Organismus sehr gefährlich sein. Er enthält womöglich Krankheitskeime aus einer anderen Welt. Keime, die wir gar nicht bekämpfen können. Ich bin nicht Ihrer Ansicht, Doktor Chapman. Nein, ich auch nicht. Wir wissen außerdem auch nicht, was bei Einwirkung der irdischen Atmosphäre von diesem Organismus übrig bleibt. Sie glauben, er wird genauso verbrennen wie die Untertasse? Ach, Unsinn. Sehr weit hergeholt. Ja, wieder man von Ernst. So kommen wir doch nicht. Man muss sich einigen. Ich schlage vor, dass Captain Hendry sich sofort mit dem General in Verbindung setzt. Ich werde wahnsinnig. Das hätte man doch gleich tun können. Ich bin überrascht, Captain, dass Sie nicht von unterwegs versucht haben, den General zu erreichen. Haben wir. Warns? Ich habe mich mit Ihrem Funke in Verbindung gesetzt, aber er konnte nicht durchkommen. Es waren zu viele Störungen. Tatsächlich? Entschuldigen Sie, Captain. Schon gut, Doktor. Guten Tag, Captain. Guten Tag, Tex. Eine schöne Suppe haben Sie uns da eingebrochen, Captain. Ich habe es eilig. Ist meine erste Meldung durch? Die erste, ja. Haben Sie Antwort? Ja, seit einer Stunde. Können Sie es lesen? Lesen Sie. Volkertieren Hendry verhindert Reporterbericht bis zu erfolgter Genehmigung des Hauptquartiers. Da hören Sie es Gott. Jetzt bringt jemand anderes die Schlagzeile. Sofort das Flugzeug vom Eis befreien. Wende Termitbomben zum schnelleren Schmelzen an. Ja, das ist das, was wir an der Armee so lieben. Neunmal klug von oben bis unten und unser Captain ist die Verantwortung für das Termit jetzt los. Schon gut. Lesen Sie weiter. Er richtet vorläufiges Gerüst zum Schütze der Maschine bis zu meinem Eintreffen. Dann ist eben noch ein Funkspruch angekommen, der ist aber verstümmelt. Na und? Dauerhaft bauen kann nicht kommen. Erwarte dringend, sofort, erwarte ferner, erwarte umgehend. Das ist echt vorgarten. Dann hört der Funkspruch plötzlich auf. Und das ist alles? Ja, ja. Ständige Störungen in der Atmosphäre. Einfach nichts mehr zu hören. Und meine zweite Anfrage? Ich weiß nicht, ob sie durchgegangen ist. Wohl kaum. Dann müssen wir eben eine Postkarte schreiben. Also, Doktor. Da nun eine neue Situation eingetreten ist. Es ist doch genau die gleiche. Es wäre unverantwortlich, die Untersuchung noch länger hinaus zu kriegen. Wir warten. Tex, ich lasse Ihnen Barnes hier, der kann Ihnen behilflich sein. Gut, Captain. Gib dir Mühe, Barnes. Schaff uns Verbindung mit dem General. Ja. Sag ihm, dass die abgestürzte Maschine nach Verwendung von Termitbomben verbrannt ist und ein Mann der Besatzung geworden ist. Ein Mann von Mars? Wo ist der? Im Eisschrank, mein Junge. Sag ihm, wir haben den Körper in einem Eisblock hier und Dr. Carrington bittet um Erlaubnis, ihn zu Forschungszwecken daraus zu befreien. Wir warten auf Instruktionen, bevor wir es gestatten. Ja. Wollen Sie etwas hinzufügen? Ja, und zwar den wichtigsten Punkt. Dass dieses Phänomen für die Forschung von eminenter Bedeutung ist. Ja, richtig. Sag ihm das. Gut. Danke, Captain. Das genügt. Also, Tex, wenn Sie eine Antwort erhalten, verständigen Sie mich sofort. Ja, Doktor. Gibt's was Neues? Was Neues? Wollen Sie noch mehr Neues? Die tollsten Artikel könnte ich bringen, aber er lässt mich ja keine drei Worte durchgeben. Wenn Sie sich noch so peinlich rasieren, mir gefallen Sie doch nicht. Ihretwegen tut das auch nicht. Eddie. Der Käpt'n meldet den Fall General Fogarty. Fogarty meldet ihn nach Washington. Und wen wird Truman fragen? Frau Truman. Ich muss in eine zivilisierte Umgebung zurück. Und womit? Keine Ahnung. Paar Schubkarren, Hundeschlitten, Kinderwagen oder Roller. Da könnte man einfach aus der Haut fahren. Ich sehe meinen Chefredakteur, die einen Irren durchs Büro laufen, schreien, Lampen zertrampeln, Fenster einschmeißen. Der wird sich noch erschießen, der Mann. Käpt'n Hendry! Käpt'n Hendry! Was ist denn passiert, Corporal? Dr. Chapman, wo ist der Käpt'n? Ich muss Ihnen mal sagen. Ich muss Ihnen mal sagen. Das Ding lebt. Es ist nicht tot. Es stand plötzlich da und kam auf mich zu und... Käpt'n Hendry! Das Ding da drin lebt und ist raus aus dem Eis. Da habe ich nach ihm geschossen, aber das... Das tat ihm nichts. Es kam weiter auf mich zu und hat geheult wie ein wildes Tier. Es war grauenvoll. Diese Hände und diese unheimlichen Augen. Käpt'n, Sie müssen unbedingt sofort... Sofort die Pistole leer. Also wie war das, Barnes? Ich weiß es nicht. Das Ding ist plötzlich aus dem Eis heraus und kommt langsam auf mich zu. Ich schieße und treffe auch, aber es tut dem nichts. Dann bin ich weggehalten. Ruhig. Hier, Käpt'n. Achten Sie auf ihn, Doktor. Schon vorüber. Zurückbleiben. Gehen Sie bitte zu den anderen. Also doch. Ich habe auch gedacht, es wäre eine Einbildung von Barnes. Ich nicht. Ich hatte immer so ein komisches Gefühl. Jetzt verstehe ich. Barnes hat ihm die Heizdecke übergelegt. Hier ist er rausgegangen. Ruhig mal schnell Pelze und Stiefel her und Taschenlampen. Die Hunde. Sie zerreißen ihn. Man muss ihn retten. Hören Sie, Doktor. Sie werden natürlich, wenn Sie so rausgehen. Sie haben recht, Käpt'n. Es war unüberlegt von mir. Sehen Sie nur, Käpt'n. Käpt'n, es würde uns sehr viel helfen, wenn einer von Ihnen nun sagen würde, was Sie gesehen haben. Bitte, Doktor. Es war sehr dunkel und ich sah nur, wie die Hunde ihn zu Boden rassen. Als er aufstand, verbissen sich die Hunde in seinen Armen. Ein Hund hat er abgeschüttelt. Zwei von den Hunden waren hin. Sie sahen aus wie durch den Wolf gedreht. Und wo fanden Sie den Arm? Unterm Bauch des einen Hundes, nicht wahr? Kann der ihn denn ausgerissen haben? Diese Art von Arm? Ja. Vorsichtig, diese Raubvogelkrallen sind sehr scharf. Vermutlich eine Chittinige-Sugstanz. Was heißt das, Doktor? Ein Stoff, wie er auch im Panzer eines Käfers enthalten ist. Raubtierkrallen. Noch kräftiger sogar. Eine furchtbare Waffe. Wir werden ihn wohl kaum noch zu sehen kriegen. Mit der Verletzung in der Kälte draußen. Er muss tot sein. Er hat's doch auch in dem Eisblock lange genug ausgehalten. Dann hat er noch die ganze Meute abgehängt. Dabei verlor er den Arm. Und ich meinen Verstand. Erstaunlich. Allerdings. Unwahrscheinlich stark. Seltsam. Tja, merkwürdig. Das ist doch Blut hier am Arm, Doktor. Ja, aber nicht sein Blut. Nein, es stammt von den Hunden. Der Arm selbst enthält kein Blut. Es ist kein tierisches Gewebe. Dr. Stern, betrachten Sie das mal unter dem Mikroskop. Mhm. Nein, Herr Scott. Dieses Wesen stirbt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Nach unseren Begriffen. Donnerschlag. Tja. Nun, Doktor? Keine Blutgefäße zu erkennen. Keine Nervenenden sichtbar. Poröses, unzusammenhängendes Zellengewebe. Das habe ich mir gedacht. Was? Das hört sich ja an, als ob Sie eine Pflanze beschreiben. Das stimmt. Haben Sie es mitgeschrieben? Das ist doch ein bisschen stark. Sie werden sich noch wundern. Wissen Sie, Doktor, das wird doch der Grund sein, weshalb die Geschosse ohne Wirkung blieben. Richtig. Sie haben ihn lediglich durchlöchert, wie ein Blatt. Diese klebrige Flüssigkeit ist Pflanzensaft. Offenbar mit hohem Zuckergehalt. Verzeihung, Doktor, darf ich Sie etwas fragen? Bitte? Es scheint demnach eine hochentwickelte, riesige Form von Rübe zu sein. Sie haben gar nicht mal so Unrecht. Aber diese Rübe, wie Sie es nennen, ist in der Lage, ein Flugzeug zu konstruieren, das Millionen von Meilen durchfliegt. Und zwar mit Motoren, die wir noch gar nicht kennen. Intelligente Rübe. Ich bin ja sprachlos. Nicht doch. Sie werden dieses Phänomen mit anderen Augen ansehen, Herr Scott, wenn Sie bedenken, dass sich auf der Erde die Warmblüdler und damit schließlich auch der Mensch aus den einfachsten Formen entwickelten. Aber, Doktor... Auf dem Planeten, von dem unser Besucher kommt, vollzog sich die Entwicklung der Pflanzenwelt wahrscheinlich ähnlich wie die unseres animalischen Lebens. In beiden Fällen ist das Gehirn entscheidend gewesen. Aber, Doktor... Nur, dass die Entwicklung dieser Wesen nicht gehemmt war durch Gefühle und sexuelle Faktoren. Doktor Carrington, ich weiß, Sie sind Träger des Nobelpreises. Ihnen wurden für Ihre Leistungen internationale Ehren zuteil. Ich könnte an Ihnen gut und gern ein paar Millionen verdienen, wenn ich Ihr Manager wäre. Aber das können Sie von mir nicht verlangen, dass ich mir von Ihnen einen solchen Bären aufbinden lasse. So weit geht die Liebe nicht. Und das würden meine Leser mir auch nie abkaufen. Mein lieber Herr Skatt, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Sie behaupten im Ernst, dass es Pflanzen gibt, die denken können? Doch, doch, in gewissem Sinne, ja. Kennen Sie nicht die Mimosa pudica? Mimosa pudica? Oder die... Ist es nicht die Nepentheskannenpflanze, Doktor Stern? Ja. Erzählen Sie, das ist ja Ihr Gebiet. Die Nepentheskannenpflanze fängt kleine Sekten, Käfer, Fliegen, Schmetterlinge und so weiter. Sie lockt die Opfer mit einem Saft an, dann schließt sie den Kelch und frisst sie. Bitte in der Glas. Und die Mimosa pudica? Das ist eine Pflanze, die imstande ist, alle aufgenommenen Reize durch ihren Organismus weiterzuleiten, als ob sie Nervenbahnen besäße. Intelligenze der Pflanzenwelt ist eine alte Kamelle, Herr Skatt. Älter vielleicht als unser Gehirn, das davon nichts wissen will. Aha, das geht wohl auf mich. Sehen Sie, das hier habe ich unter dem weichen Gewebe in der Handfläche entdeckt. Eine Samenkapsel. Tatsächlich? Das ist die reinste und unkomplizierteste Fortpflanzungstechnik der Welt. Kein Schmerz und auch keine Freude. Keine Empfindungen. Kein Herz. Uns überlegen. Uns überlegen in jeder Beziehung. Jetzt sehen Sie, was das für ein Fund war. Ein Wesen aus einer anderen Welt, von uns verschieden wie ein Mensch von der Pflanze. Wenn wir uns mit ihm verständigen könnten, dann würden wir Geheimnisse lüften, die der Menschheit seit dem Beginn der... Donnerschlag, sie bewegt sich. Frau Lein Nicholson. Ja, Doktor? Um 12.10 Uhr beginnt die Hand, sich zu bewegen. Die Temperatur des Unterarms steigt um 12,3 Grad. Dieser starke Temperaturanstieg ist offensichtlich auf das Einbringen des Hundeblutes in das Gewebe zurückzuführen. Ich glaube, Sie... Sie meinen, Sie meinen, es lebt von Blut? Das ist die Beste, die da ist, Pat. Na, wenn die nicht wirkt. Was wollen Sie tun, Captain? Unseren Besucher fangen, wenn wir können. Einen Moment, Captain. Seht oben nach. Ja, Captain. Bob und Mick in den Lagerraum. Verriegelt die Außentür. Captain, wenn Sie ihn wirklich finden sollten, bedenken Sie, er ist ein Fremder in einer fremden Welt. Wir hatten ihm nichts vorzuwerfen, nicht das Geringste. Da ist nichts. Er wachte in einem Eisglock auf, wurde von Hunden angefallen und jemand schoss auf ihn. Ich muss versuchen, mich mit diesem Wesen zu verständigen. Sie können mit ihm tun, was Sie wollen, sobald wir ihn haben. Captain, wenn wir ihn erwischen, möchte ich ihn erst knipsen, bevor jemand Salat aus ihm macht. Ist gut. Darin ist auch nichts. Captain, neben kam eine Nachricht vom General. Herr Scott soll mit seiner Reportage warten. Da hören Sie es. Ach, ist ja Hose wie Jacke. Kommt ja sowieso nichts durch. Ich gebe es auf. Hey, was sucht er denn hier überhaupt? Er könnte hier reingekommen sein. Wer denn? Der Mann vom Mars. Was denn? Der lebt und läuft frei herum? Verriegeln Sie die Tür. Nehmen Sie im Notfall die Feuerachst. Schießen ist nutzlos. Seit wann denn? Hier drin muss etwas sein. Nein, nein. Sie irren sich. Das ist das chemische Labor. Wir haben Isotope darin. Die sind radioaktiv. Ihr Geigerzähler reagiert auf ein Milligramm Radium ebenso wie auf ein Kilo. Die Tür ist verschlossen. Dr. Stern hat den Schlüssel. Warten Sie. Warum ist die verschlossen? Was ist das hier? Das Gewächshaus. Die Eskimos haben eine Schwäche für unsere Erdbeeren. Erdbeeren am Nordpol. Meck und Bob, seht auch unter den Beeten nach. Sieh mal nach, ob die Außentür verschlossen ist. Die Tür ist verschlossen. Hier ist nichts zu finden. Wir haben noch falschen Wind. Was nun, Doktor? Ich kann mir nicht denken. Auf der anderen Seite ist auch nichts zu finden. Was wollten Sie sagen, Doktor? Ich kann mir nicht denken, dass er im Lager ist. Wir suchen draußen weiter, sobald es hell ist. Machen Sie bitte die Tür zu. Keine Sorge, wir gehen schon. Käpt'n, länger als eine halbe Stunde hält man es jetzt draußen nicht aus. Wir werden uns ablösen. Machen Sie bitte die Tür zu. Da fällt mir ein, wir müssen dem General melden, was hier passiert ist. Ja, ja, wir werden jetzt berühmt. Welcher Sterbliche kann sich brüsten, am selben Tag eine fliegende Untertasse, um einen Marsmann verloren zu haben? Wir stehen da wie jemand, der in der Lotterie den Haupttreffer gezogen hat, aber hat's los verloren. Sehen Sie mal, was ich eben bemerkt habe. Sehen Sie diese Blüten? Hm, die sind verwelkt. Das hat... Eine Welle eisiger Luft getan, als die Tür aufging. Gehen Sie bitte mal das Schloss prüfen, Professor. Gern. Zehn bis fünfzehn Sekunden Zugluft haben genügt. Ganz recht. Und was schließen Sie da aus? Der, den wir suchen, war hier. Zweifellos. Sie hatten recht, Dr. Kerrington. Die Tür ist nicht verschlossen, sondern nur festgeklemmt. Das Schloss ist aufgebrochen worden. Es sieht aus, als wenn da einer... Was ist denn das? Sehen Sie, wie das im Licht blitzert. Es ist eine Spur... ...Pflanzensaft. Aus dem Arm? Ja, es scheint... Öffnen Sie bitte. Einer der Schlittenhunde. Noch nicht einmal kalt. Sieht ja so eingeschrumpft aus. Ja. Ist denn da Blut in der Kiste? Nein. Kein Blut? Kein Blut. Das Blut ist ausgesaugt. Das bestätigt nur meine Theorie. Was könnte für solch ein Wesen wohl natürlicher sein, als dort hinzulaufen, wo es offene Erde um sich hat? Es suchte ihr Zuflucht, hörte uns und verschwand. Es war hier. Und es kommt auch wieder her. Wir müssen den Käpt'n verständigen. Nein, ich bin nicht Ihrer Ansicht, Doktor. Ich halte es für besser, dass wir Wissenschaftler die Sache unter uns legen. Wir können ihn doch nicht einfach... Wir allein haben Aussicht, uns mit diesem Wesen zu verständigen. Es ist uns Menschen überlegen. Ich kann nur immer wieder sagen, wir müssen versuchen, mit ihm in Kontakt zu kommen. Dr. Kerrington hat recht. Das müssen Sie doch einsehen, Dr. Stern. Wollen Sie heute Nacht hier mit mir wachen, Frau Hez? Ja, Doktor. Sie auch, Frau Hez? Natürlich, Doktor. Gut. Stern, vielleicht sagen Sie Dr. Auerbach und Dr. Olsen inzwischen Bescheid. Ich lasse Sie bitten, uns morgen früh um halb sieben Uhr abzulösen. Und sagen Sie Ihnen, Sie möchten unter keinen Umständen darüber reden. Weit und breit nichts zu finden, was? Nein. Den sind wir los. Futsch ist futsch und hin ist hin. Na, mir kann es ja egal sein. Was interessiert mich ein Weltuntergang, wenn ich nicht darüber berichten kann? Na, Tex, ist doch wohl nichts durchgekommen? Käpt'n, der Alte kriegt einen Anfall nach dem anderen. Das kam vor zehn Minuten ziemlich klar an, dann wurde es wieder unklar. Frau Gartier und Hendry trefft Vorsichtsmaßnahmen zum Schutze des Flugzeugs bis zu meinem Eintreffen. Derselbe an denselben, trefft auch Vorsichtsmaßregeln für alle Insassen des Flugzeugs. Derselbe an denselben, absendet genaue Beschreibung der Maschine. Masse, möglichst genaues Gewicht und so weiter. Sofort. Frau Gartier und Hendry, warum kommt keine Antwort? Wünsche sofort Antwort. Derselbe an denselben, Funkstille hier Horz, unerklärlich. Dienstbefehl General Frau Gartier und Hendry antwortet umgehen. Frau Gartier und Hendry wartet auf Bericht, schweigen unverständlich. Derselbe an denselben antwortet. Derselbe an denselben antwortet sofort. Anscheinend will er Nachricht. Und haben Sie gar nichts für mich? Nein, das war alles. Das ist wirklich stark. Einfach nicht zu glauben. Sagen Sie, wie kann ein Mann General werden, der nicht... Im Gewächshaus ist es. Warns, geh und kontrollier den Korridor. Bring mal schnell den Verbandskasten her. Überlassen Sie ihn mir. Wir müssen eine Warnung an alle durchgeben. Kann man von hier aus Durchsagen geben? Ja, der vordere Schalter. Achtung, eine wichtige Durchgabe. Achtung, verriegeln Sie Fenster und Türen. Unser Besucher ist zurückgekommen und sehr gefährlich. Bleiben Sie, wo Sie sind, bis Sie neue Nachrichten erhalten. Verriegeln Sie die Türen. Oh. Ruhig, Doktor, ruhig. Es geht gleich vorüber. Was war denn? Ich war gerade im Gewächshaus beim Ausjeden. Da kam plötzlich das Ding herein und Bolzen schrie auf. Ich erhielt einen Schlag, als ich mich umdrehte. Und dann? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin hingefallen. Als ich zu mir kam, da sah ich, Bolzen und Auerbach. Heben Sie ihm Riechsalz. Hol die Axt. Weiter, Doktor. Das Gewächshaus hat eine Außentür. Da könnt ihr uns entwischen. Käpt'n, durch den Generatorenraum kommt man da hin. Ihr beide geht mit. Sollen wir ins Gewächshaus reingehen? Nein, verrammelt die Tür mit Balken und was ihr sonst findet. Gut, das ist besser. Langsam, erst müssen Sie mal dort sein. Ben. Ich möchte fotografieren. Gehen Sie bitte zu den anderen. Aber Herr General, das kostet aber eine Lage, aber nur Bier. Fertig, Bob? Nein, aber Sie können schon aufmachen. Ein paar Balken her, schnell. Aber kurze. Zum Absteifen der Tür. Haben Sie geknipst, Gatti? Nein, Sie standen im Wege und die Tür war nicht lange genug auf. Sollen wir noch mal aufmachen? Nein. Einen Hammer her und ein paar Nägel. So, das wird genügend. Dr. Chapman, ist doch keine andere Möglichkeit zur Flucht, etwa ein Fenster? Nein, nur die beiden Türen. Sind die Wände fest? Aus Wellblech. Sie glauben also... Dr. Carrington, ich höre, dass unser Besucher einem Ihrer Hunde das Blut ausgesaugt hat. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ich hiel es nicht für notwendig. Aber zwei Ihrer Mitarbeiter mussten draufgehen, ja? Sie haben Wache gehalten. Ich war auch fünf Stunden im Nixhaus. Ich habe Ihre Totenkollegen durch die Tür gesehen. Sie hängen da mit dem Kopf nach unten, wie in einem Schlachthaus. Was können wir tun? Das überlassen Sie noch mehr. Und Sie, Herr Doktor, werden sich bis auf Weiteres nur in Ihrem Zimmer und im Laboratorium aufhalten. Sie haben kein Recht, der acht Jahre noch nur umzutreffen. Doktor, ich protestiere. Es ist besser, Sie fügen sich. Wir haben die Hintertür verrammelt. Wenn er da rausfüllen, muss er erst einmal 30 Öltonnen und ein Schneeberg von sieben Zentnern beiseite rücken. Gut. Und Bob, das nächste Mal hältst du deine Kanone beim Schießen etwas höher. Tut mir leid, in der Aufregung habe ich nicht dran gedacht. Sieht dir ähnlich. Von jetzt ab stellen wir hier eine Wache an der Kreuzung des Korridors auf. Wir brauchen Freiwillige. Ich bin dabei. Ich auch, Käpt'n. Meine Herren, es geht jetzt auf Biegen und Brechen. Ich meine damit nicht etwa die bedauerliche Auseinandersetzung mit Käpt'n Henry, sondern das fremde Wesen. Zwei Tote sind schon zu beklagen. Ein Kollege ist verletzt und es werden vielleicht noch weitere Opfer folgen. Denn dieses Wesen ist mächtiger und intelligenter als wir. Und es betrachtet uns bloß als ein notwendiges Nahrungsmittel. Es hat dieselbe Einstellung zu uns, wie wir Menschen, zu einem Kornfeld. Das müssen wir bedenken. Nur die Wissenschaft kann es besiegen. Andere Waffen sind hier machtlos und ich... Es muss, es muss einen Weg geben. Aber ich grübele und grübele und... Verzeihung, ich habe seit gestern nicht geschlafen. Ich kann nicht mehr. Bitte lesen Sie vor, Frau Nicholson. Doktor, Sie brauchen Ruhe. Ja, ja, ich weiß. Also bitte lesen Sie vor. Neun Uhr vormittags pflanzte ich den Samen aus der abgerissenen Hand des Wesens in vorgewärmte Erde. Ich düngte die Erde mit zwei Einheiten Plasma von unserem Blutvorrat. Der Zustand der Hundelaiche im Gewächshaus zeigt, dass Blut der primäre Faktor zur Kultivierung des Samens ist. Um drei Uhr sieben... Drei Uhr sieben habe ich die ersten Sprosslinge beobachtet. Nach sechs Stunden... Kaum zu glauben. Ja, dann verwandte ich noch zwei Einheiten Plasma. Um sechs Uhr nachmittags bekamen die Pflanzen bereits eine embryonale Form. Ich sehe, meine Herren, Sie glauben mir nicht. Bitte kommen Sie. Überzeugen Sie sich selbst, Herr Robin. Unfasslich. Nicht zu glauben. Es erzeugt sich selbst. Und mit welcher Schnelligkeit? Damit erklärt sich ja auch, was Captain Henry bemerkte. Als das Wesen aus dem Gewächshaus heraus wollte, hatte es einen neuen Arm. Dieses Pulsieren, Doktor. Es ist, als ob Sie atmen. Es sind menschliche Pflanzen. Übermenschliche. Nur durch Einwirkung des Blutplasmas? Ganz recht. Sie sehen, die Größeren stehen näher am Zulauf des Plasmas. Die Kleineren weiter weg. Wie viele Einheiten haben wir? Ich hoffe genug. Wollen Sie sie einmal hören, Professor Wilson? Gerne, Doktor. Natürlich. Es ist fast wie das Schreien eines neugeborenen Kindes, das hungrig ist. So würde ich es auch beschreiben. Doktor. Ja, was ist? Darf ich mir eine Frage erlauben? Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mich noch brauchen. Nein, schreiben Sie mir nur noch meine Notizen ab und bringen Sie sie mir. Aber halten Sie sie geheim. Doktor. Sie sollten jetzt schlafen gehen. Es ist zu viel zu tun, Professor Wilson. Kein Mensch kann arbeiten, wenn er erschöpft. Mein Gehirn ist vollkommen klar. Nein, das ist es nicht. Sie vergessen, was drüben geschieht. Im Gewächshaus. Er zieht auch saatgroß und düngt sie mit Blut. So wie Sie hier. Wir haben gesehen, was ein solches Wesen vermag. Überlegen Sie. Wenn Tausend kommen... Ich habe es mir überlegt. Doktor. Vielleicht wollte die Mannschaft des Flugzeugs die Erde nicht besuchen, sondern erobern. Vielleicht sollte sie ein Heer begründen. Eine furchtbare Armee. Um die gesamte Menschheit zu vernichten. Es gibt viele Dinge, die unsere Welt bedrohen. Neue Sterne, Kometen und andere Phänomene. Das sind Theorien. Wir haben den Feind im Haus... Es gibt keine Feinde in der Wissenschaft, sondern lediglich Studienobjekte. Eins davon haben wir vor uns. Niki, ich wollte Sie etwas fragen. Hat sich hier vor kurzem jemand verletzt? Ist jemand krank gewesen oder operiert worden? Nein. Seit dem Zwischenfall im Gewächshaus hatten wir keine Verluste. Ich habe doch voriges Mal 50 Einheiten Blutplasma mitgebracht. Wo sind die geblieben? Warum wollen Sie das wissen? Ich wundere mich, dass man Dr. Sternkeins injiziert, sondern eine Bluttransfusion an ihm vornimmt, wie ich eben höre. Was hat Kerenten mit den 50 Einheiten gemacht? Ich denke, es ist das Beste, Sie schlagen mich jetzt nieder und lesen dann diese Notiz hier. Erlauben kann ich es Ihnen nicht. Dafür hat er es verbraucht. Danke. Danke für die Erlaubnis. Pat, vergessen Sie nicht, er ist überanstrengend. Auch geistig, denn er schläft schon seit drei Tagen nicht. Er hat sich in die Sache verrannt. Ich kenne den Chef, er ist nicht wie unser einer. Er ist ein Wissenschaftler und wenn er auf ein Problem stößt, kennt er keine Rücksicht, weder auf sich noch auf andere. Dann ist er stur. Dann ist er wie ein Kind mit seiner neuen Puppe. Aber diese Puppe beißt. Vielen Dank. Wo ist Dr. Kerenten? Ich bedauere, Captain. Ich habe Anweisung, Sie nicht vorzulassen. Captain, ich bin beschäftigt und ich wünsche von Ihnen nicht... Scheiß, Doktor. Sie haben mit Ihren neuen Pflanzen zu tun. Wo sind Sie? Warum? Hier hinten stehen Sie, Pat. Ich verbiete Ihnen den Zutritt zu meinem Laboratorium. Fassen Sie nichts an. Genauso hängen die Toten im Gewächshaus. Sie haben das Verfahren nur vereinfacht. Was im Gewächshaus geschehen ist, ist nicht meine Schuld. Wir haben Ihre Notizen gelesen. Sie haben das erst mit uns besprechen müssen. Ich habe keine Hilfe nötig. Ihre Meinung interessiert mich nicht. Aber Captain Hendry, und er kennt meine Auffassung. Ich will Sie Ihnen gern vortragen. Wir befinden uns in einer unvorstellbaren Gefahr. Dieses Wesen im Gewächshaus kann Sie zweifellos völlig aus sich selbst heraus vermehren. Und wir können uns nicht vorstellen, in welchem Ausmaß. Es braucht noch mehr Blut und wird vor nichts zurückschrecken, um es zu erhalten. Es ist eingesperrt, also ungefährlich. Garantieren Sie für unsere Sicherheit? Und was wichtiger ist, für die der Welt? Es können Tausende werden. Zehntausende. Daher muss es samt seinen Sprössingen vernichtet werden. Nein, nein. Die verbrennen wir. Und was tun wir mit dem Ding im Gewächshaus? Sie reden wie ein Schuljunge, der Angst hat. Sie haben recht, Doktor. Ich habe Angst. Die Zerstörung dieser Objekte wäre Barbarei. Es mag ein Verlust für die Wissenschaft sein, aber die Menschheit wird ruhiger schlafen. Captain, endlich ist wieder was durchgekommen. Na? Frau Gartieren Hendry, Cairnken teilt mir mit, dass Marsmensch lebt, und er nimmt alles, um ihn am Leben zu erhalten und beschützt ihn vor Gefahren. Unter keinen Umständen unternehmt etwas gegen ihn, bis zu meinem Eintreffen bei Wetterbesserung. Da haben Sie Ihre Instruktionen, Captain Hendry. Und zwar sehr vernünftige. Und was ist mit mir, Tex? War nichts für mich da. Und was werden wir jetzt anfangen, Pat? Ich werde versuchen, den Alten umzustimmen. Tex? Ja, Captain? Hören Sie mal zu. Wir haben die Außenwache einziehen müssen. Es ist besser, Sie kommen zu uns ins Casino. Ach was, Captain. Ich habe die Tür verrammelt, ein Fenster gibt's ja ja nicht. Na gut, meinetwegen. Tja. Was machen wir aber, wenn, danke genug, wenn dieser Bursche vom Mars auf einmal aus dem Gewächshaus ausbricht und hier eindringt? Was dann? Was machen wir dann? Frage ich mich auch. Er ist ja unverletzlich. Das ist jetzt die große Preisfrage. Was macht man mit Gemüse? Man kocht's. Wie bitte? Man kann's kochen, dämpfen, dünsten, brühen. Das hat was für sich. Gar nicht so dumm. Vielleicht kann Dr. Carrington ihn bitten, in den Heizofen zu springen. Oder wir gehen zum Nachbarn und pumpen uns einen Flammenwerfer. Ich glaube, ich hab' ne Idee. Wir haben genügend Kerosin. Wir könnten... Punkt drei. Punkt vier. Wird Zeit mit dem Kost. Punkt fünf. Punkt sechs. Achtung, das Ding ist aus dem Gewächshaus heraus. Bleibt, wo ihr seid. Punkt neun. Captain, wie wär's, wenn wir ihm mit brennendem Kerosin zu Leibe gingen? Natürlich. Her damit. Hier ist deine Kanne. Geben Sie her. Wir brauchen offene Gefäße. Hier ist ein Eimer. Hier noch eine. Punkt zwölf. Wir brauchen noch mehr Gefäße. Pat, hier ist noch ein kleines. Gut. Vorsicht mit der Zigarette. Noch immer Punkt zwölf. Und womit setzen wir es in Brand? Ein Feuerzeug? Ich hab' ne Leuchtpistole im Rucksack. Ich hol' sie. Wenn er reinkommt, geht's es ihm über. Und dann drückst du ab, Mac. Aber triff ihn auch. Ihr haltet euch bereit, falls wir mehr brauchen. Ganz groß in Form, Captain. Halt die Klappe. Punkt dreizehn. Wissen Sie auch, wie man so'n Ding abschießt? Dienstforschrift 73A. Punkt vierzehn. Kommen Sie her. Stellen Sie sich in die Ecke. Halten Sie sich das vor. Bleiben Sie am Lichtschalter. Punkt fünfzehn. Punkt sechzehn. Punkt siebzehn. Was war das? Eine Fensterscheibe. Punkt achtzehn. Licht aus. Punkt neunzehn. Der Zähler ist auf Vollausschlag. Schnaubst das Fenster zu. Alle mal hörten an den Fenster. Das macht mich schon. Ist er verletzt? Bring den raus. Also meine Herren, Sie bleiben vorläufig hier. Wir wissen jetzt, womit man das Ding verjagen kann, aber dabei gehen unsere Baracken hoch. Und sehr viel scheint es ihm nicht auszumachen, wenn es noch so laufen kann. Es lief wie das berühmte Lauffeuer. Er kommt sicher wieder zurück. Wir wollen aber nicht noch mehr Räume verbrennen, deshalb arrangieren wir das jetzt anders. Er ist wahrscheinlich im Gewächshaus, dort greifen wir ihn an. Sie bleiben alle hier. Behalten Sie die Tür im Auge. Und geben Sie Acht auf den Geigerzähler. Hier sind die Feuerlöscher. Wer ist Ihr Elektrotechniker? Hier, Käpt'n, das bin ich. Kann man den Flur ans Lautsprechernetz anschließen? Dann nehmen wir ein Gerät aus einem anderen Raum. Ich kann Ihnen dabei helfen. Merk, wenn irgendwas ist, wir sind im Funkraum. Bringt auch hier noch ein Gerät an, dann ist diese Ecke geschützt. Das zweite kommt an die Kreuzung der Korridore und kontrolliert die Leitung zum Casino. Ja. Käpt'n, Sie sagen, Sie wollen wieder Kerosin anwenden? Wissen Sie was Besseres? Etwas Heißeres. Sie haben genug Kabel zur Verfügung. Nehmen Sie doch Elektrizität. Vom Lichtnetz? Nein, aber wir könnten die Hochspannungsanlage von Dr. Chapman benutzen. Die leistet etwa 50 Kilowatt. Dabei geht er drauf? Ohne Zweifel. Man müsste sehen, dass er zwischen zwei Pole gerät, nicht wahr? Das lässt sich schon machen. Schön wär's. Bob hilft Ihnen dabei. Kommen Sie, Tex. Gehen wir. Rufen Sie den Flugplatz an. Sagen Sie Ihnen, dass wir hier schwer in der Bredouille sind. Je früher Sie hier sind, desto besser. Sie sollen vor allem Handgranaten, Mörser, Flammenwerfer und so weiter mitbringen. Verstanden? Ja, und sagen Sie dem Generale, wenn er mir nicht erlaubt, einen Bericht abzusenden, werde ich mich erschießen. Die Heizung ist abgestellt. Ja, die ist aus. Es ist kein Öl mehr drin. Sehen Sie mal nach, ob es drüben auch kalt ist. Tex, sagen Sie mal, wo ist der Öltank draußen vor dem Gewächshaus? Käpt'n, es ist plötzlich ganz kalt bei uns. Die Heizung hat kein Öl mehr. Pet, da drin ist es auch kalt. Ob der Tank leer ist? Ist gestern erst aufgefüllt worden. Da muss das Hauptrohr verstopft sein. Wir müssen die Störung beseitigen. Dann laufen wir unseren Besucher in die Arme, der nur auf uns wartet. Wir haben den Burschen unterschätzt. Die Ölzufuhr ist abgedreht. Er will uns erfrieren lassen. Nichts leichter als das. Es sind nur noch fünf Grad hier drin. Und draußen minus 40. Und wann ist es hier null? In einer halben Stunde. Bis dahin sind wir stoppsteig. Wenn aber niemand rauskommt, um die Störung zu beseitigen, wird er vielleicht etwas anderes versuchen. Der Bursche ist genau im Bilde. Er hat Spitz gekriegt, dass wir Wärme brauchen. Hoffentlich sperrt er nicht den Strom. Ja. Und wenn er alle Leitungen zerstört. Hauptsache, wir lassen ihn nicht an die Stromquelle. An den Generatorraum. Also dann nichts für ihn. Ich hole Tex. Bringt elektrische Öfen mit. Und Nahrungsmittel und den Verbandkasten. Und merkt auch die Fliegerkombinationen. Ja. Soweit sie nicht verbrannt sind, wir ziehen die Ladung zum Transformator. Es ist nur so kalt hier. Der hat uns das Öl abgedreht. Ach. Auweih. Was wollen wir jetzt tun? Wir nisten uns im Generatorraum ein. Alles Übrige können wir ruhig den Elektrikern überlassen. Ist die Außentür zum Generatorraum auch gut gesichert? Da kommt nicht mal ein Panzer rein. Dann muss er auf jeden Fall hier durch. Ja, das ist der einzige Weg, der ihm bleibt. Haben Sie Zaundraht, der stark Strom aushält? Ja, mehrere Rollen. Dann geht's. Was denn? Wir legen ihn hier entlang. Einmal oben an die Wände, auf den Boden. Und wenn das Ding ihn berührt, Saft rein. Wozu? Wo ist der Draht? Hier unten liegt er. Gib mir die Zange. Was habt ihr vor? Wir bauen einen elektrischen Fliegenfänger, um das Ding damit zu fangen. Was heißt Fliegenfänger? Hey, Skat, holen Sie mal Hammer und Nägel aus dem Generator aus. Gehen Sie mal zur Seite. Ich sehe, Sie haben die Situation fest in der Hand. Ach was, ich habe genug kommandiert. Bis an mein seliges Ende. Wenn das wahr wäre, würde ich um Ihre Hand bitten. Hier ist Ihre Kombination. Danke. Ich habe jetzt leider keine Zeit zum Heiraten. Das Werkzeug. Zu Redding. Wo sollen die Decken hin? In den Generatorraum, Doktor. Und beeilen Sie sich bitte. Kommen Sie vorwärts. Nein, ich stehe den Heiratsantrag zurück. Sie kommandieren ja doch noch. Immer weiter, bitte. Käpt'n, ich muss Sie dringend sprechen. Ich habe keine Zeit, gehen Sie weiter. Ja, aber ich... Machen Sie Platz da, gehen Sie weiter. Bitte schneller. Hier ist Ihr Mantel, danke. Wo ist die Zange? Hier der Ding. Wo ist der Geigerzähler? Da hinten. Ich habe auch einen Käpt'n. Gehen Sie damit ins Casino. Wenn er reagiert, kommen Sie her. Kann mir jemand Handschuhe geben? Hier, nimm mal eine. Es sind bereits 15 Grad Kälte. Skiewetter am Hause. Ziehen Sie lieber Gummischuhe, Hanska. Warum? Das isoliert, wenn Saft in der Leitung ist. Ach ja. Da liegt noch ein paar. Wo? Augenblick mal, Skati. Sie brauchen keine Gummischuhe. Wenn er kommt, dann gehen Sie bitte zu den anderen. Aber das ist doch gerade der Witz in meinem Beruf, dass ich immer dabei bin, wenn was passiert. Also lassen Sie mich nur. Ich schreibe Ihnen auch einen schönen Nachruf, wenn Sie draufgehen. Käpt'n Henry, Käpt'n Henry. Was ist? Das Gerät ist angeschlossen. Ich prüfe, ob es funktioniert. Gut. Achten Sie auf den Geigerzähler. Meck, kannst du hören? Jedes Wort. Hoffentlich höre ich nichts anderes. Hoffentlich. Eine Nachricht, Käpt'n. Diesmal sogar aus Washington. Fogarty an Henry. Setzt jedes Mittel zum Schutz unserer Wissenschaftler ein, aber unternehmt nichts gegen den Gefangenen. Ah, Gefangenen. Da hören Sie es uns. Sie haben die Anordnung Ihres Generals zu befolgen. Das können Sie vor dem Militärgericht vorbringen. Nicht nur, dass Sie sich einem Befehl widersetzen. Sie betrügen die Wissenschaft um einen ihrer größten Triumphe. Aber Doktor Ichi. Die Menschheit braucht Triumphe dieser Art. Sie muss zugrunde gehen, wenn sie aufhört zu streben, zu forschen und zu lernen. Hier ist für uns nur eins zu lernen. Eine neue Art zu verrecken. Es ist nicht wichtig, was mit uns geschieht. Das Leben ist nichts. Die Erkenntnis ist alles. Wir erforschen die Geheimnisse der Natur. Wir zertrungen Atome und... Ja, und das hat die Welt so glücklich gemacht. Wir Forscher sind es der Menschheit schuldig, dass wir lieber unser Leben lassen, als dass wir zerstören, was uns neue Wege weist. Das ist das erste Gebot für jeden Wissenschaftler. Bringt ihn weg. Kommen Sie, Doktor. Ihr Narren, ihr werdet ihn nie überwältigen. Er ist klüger als... Ja? Ich hatte eine Anzeige im Geheigerzähler. Welche Punktzahl? Punkt zwei, aber konstant. Pass gut auf, sag jede Änderung durch. Mac, wie steht's bei dir? Noch nichts, Pat. Danke. Hier ist der Hebelschalter, Pat. Gut, Eddie. Ist das eine hunde Kälte hier? Immer rumlaufen. Das macht Laune. Sind sicher schon 18 Grad. Das war's mal. Jetzt sind's 20. Na nun komm schon, du Marskerl, du Gemüsemensch, du, du Überrübe. Er soll den Mund halten. Na aber nein, lass den doch. Bisschen Flachs muss sein bei der Marsinvasion. Sagen Sie es gerade, haben Sie das Ding geknipst beim Feuerzauber? Nein. Nein, ich bin beim Abdrücken plötzlich übers Bett gefallen. Vermutlich habe ich die Decke und meine Plattfüße drauf. Captain Henry, es steigt plötzlich an, es ist schon Punkt vier. Danke. Mac, was Neues? Noch dasselbe, nur noch kühler. Das bedeutet, dass er durchs Casino kommt. Captain, ich glaube, ich habe eine Idee. Schon wieder? Der Bursche ist sicher sehr gewitzt. Er bemerkt vielleicht die Drähte, die hier liegen und geht nicht rüber. Ja. Und wenn er nicht kommt, dann können wir ja alle erfrieren. Besser, wir erwarten ihn da vorne an der Kreuzung. Damit er uns sieht und uns vor sich herjagt. Und je dunkler es ist, desto besser. Dreh die Lampen aus. Die da vorne auch. Zufrieden mit mir? Ja. Captain Henry, er geht höher. Jetzt schon auf Punkt acht. Mein Geiger-Ziller reagiert jetzt auch nicht. Meiner auch? Gut. Kommt beide schnell her zu uns. Beidegen, ob man nicht versucht, aus dem Generator noch mehr Saft herauszuquetschen? Versuchen kann man es, ja. Bill und Tex, gib mit ihm mit. Nicky, sie auch. Nein. Nicky? Also schön. Was ist los? Zu blöd, dass wir nicht mehr ausprobieren konnten, ob die Sache auch funktioniert. Wenn nun der Strom zu schwach ist. Ach, der wird ihn schon fertig machen. Punkt zwölf. Er ist unterwegs. Ich habe nur eine Sorge. Bericht von der Front. Lord Macpherson hat nur eine Sorge. Das ist kein Scherz. Richard, vielleicht kann er unsere Gedanken lesen. Wenn er meine liest, rennt er gleich weg. Punkt vierzehn. Nun bleib mal stehen. Und seid still. Da fehlt mir die erste Hinrichtung ein, die ich mitmachte. War ein ganz sympathisches Börschchen. Haben Sie ihn geknipst, Scotty? Nein, ging nicht. War verboten. Punkt sechzehn. Er bewegt sich schnell. Erst muss er uns sehen, dann ziehen wir uns zurück. Dann lasst mich an den Schalter an. Pass auf, dass ihr nicht an die Drähte kommt, wenn der Saft drin ist. Ja. Habt ihr alle Gummischuhe an? Ja. Punkt achtzehn. Ich habe doch was gehört. Ich habe doch was gehört. Der Zähler schlägt voll aus. Hed, Dr. Kempchen hat den Generator abgestellt. Doch, komm mit. Eddie, halte den Börschchen so lange auf. Ich will es versuchen. Aufpassen, er hat eine Pistole. Stehen bleiben. Hände weg. Ich werde nicht dulden, dass Sie... ...den Generator einschalten. Eddie, bleib hier. Komm nicht an den Draht. Höre mich an. Ich bin dein Freund. Er kommt an dem Gitter vorbei, Käpt'n. Es ist genug, Pep. Schalt ab. Nein, nein. Wir wollen nichts von ihm übrig lassen. Na, wollen Sie das nicht fotografieren, Scotty? Fotografieren? Jawohl. Es dauert einen Moment, bis die Röhren warm sind. Ja, ja. Wenn er jetzt durchkommt, kann ich ja wohl endlich meine Reportage durchgeben. Das dauert fünf Minuten. Von mir aus viel Glück. Also, Pet, ich muss sagen, jetzt gefallen sie mir beinahe. Erledigt, Pet. Habt ihr alles verbrannt? Ja, die Pflanzen im Laboratorium und die im Gewächshaus. Auch der Arm ist nur noch ein Häufchen Asche. Wie geht's, Kerrington? Ja, dein Schlüsselbeinbruch und Gehirnerschütterung. Ich hab nicht genug Spannung. Ich sie den Generator nach. Ja, gut. So, Herr Scott, jetzt haben wir genug Saft. Achtung, Flughafen. Achtung, hier Polarexpedition 6. Verstehen Sie mich? Kommen. Hier, Flughafen. Verständigung klar. Lassen Sie mich erst ran, Tex. Dann spreche ich den Knopfdäupel. General Fogarty wünscht Captain Henry. Kommen. Sagen Sie, General Fogarty, wir holen Captain Henry. Er ist in fünf Minuten hier. Kommen. Wird gemeldet. Kommen. Sind dort Pressevertreter anwesend. Kommen. Die Presse der ganzen Welt. Kommen. Dann bitte notieren Sie. Nordpol am 3. November. Netz kann berichten.